Als Zahnung zum Ablenken. Jetzt hat er ihn abgeschmissen, ja. Er wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Oh, Fallschirmabwurf, guck mal. Ja, das ist ja auch schön. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, Fallschirme zu fangen. Genau, mach. Jungs, was ist los? Das sind keine Luftballons, die oben bleiben. Das ist ja auch schön.